Warum bin ich jetzt hier runtergesprungen? Ah, da ist noch Loot. Das weiß ich jetzt auch nicht. Um den Loot mitzunehmen, ganz bestimmt. Ja, klar. Das war kein Versehen und dann war da noch Loot. Richtig. Das war der Saubermann-Effekt. Das war meine Loot-Nase. Genau. Genau das. Du hast Loot gerochen und bist zum Loot hin. Ja. Oh, guck mal, Loot. Ich müsste da mal kurz auf, K. Ja, mach das. Ja, bis morgen. Oh, guck mal. Oh, nö. Die kennste? Guck mal rein. Da siehst du so leuchten etwas? Jo. Guck mal, etwas weiter rechts davon. Da oben der? Und etwas höher. Hm? So dicke Arme, wie ich Körper. Mit dem will ich nichts zu tun haben. Wollen wir reingehen und mit ihm über Gott reden? Nee, ich möchte mit ihm nicht über mich reden. Naja, gut. Dann halt nicht. Gut, aber ich kann ja schon mal wieder die Waffe wechseln. Das habe ich gerade schon mal gemacht. Dann gehe ich direkt wieder hier hin, um aufzuladen. Ja, das muss ich noch mal dransetzen. Ja. 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 Viel angenehmer. So ein schönes, kühles Wabern um die Füße ist immer gut. Ich meine, wir sind jetzt so viel gelaufen, da tun die Füße irgendwann mal weh. Ich meine, wir sind jetzt so viel gelaufen. Ich meine, wir sind so viel gelaufen. Und sonst so? Ja, ja. Lust auf ein Quiz. Wo kommt diese Musik her? Aus welchem Film? Da, 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 da. Ja, ja, ist okay. Papage Show. Richtig. Ich glaube, ich bin da gar nicht so schlecht drin. Nee, warst du gestern auch nicht. Natürlich musste ich bei Star Wars dann ganz pingelig sein. Ist auch logisch. Okay, anderes Quiz. Wir nennen es, wer hat's verkackt? Autobahnaut. Du. Ja. Spielst du da auf ein Video Teil 1 an? Vielleicht. Es ist... Und es... Ja, es ist wieder heftig. Mhm. Genau das. Ja, es ist wieder Zeit für so ein Video. Mhm. Und eins reicht nicht. Mhm. Und ich hab mir ehrlicherweise gedacht, okay, nimmst du das Kanzlerdriell mal auf und schmeißt da auch mal sowas raus. Aber ich hab's nicht aufgenommen bekommen. Schade. Ja. Und bis ich dann, also, beziehungsweise ich hab's halt nicht so schnell aufgenommen bekommen, bis dann halt auch genügend andere Leute ihre Sachen in der her geschmissen haben. Also hab ich mir gedacht, okay, dann lass das. Krieg's erst mal raus, wie du die Sachen draufnimmst. Weil ich hab's mit dem VLC-Mediaplayer versucht. Der sollte theoretisch Medien speichern können, also auch Streams. Aber nachdem der dann 5, 6 Stunden gelaufen ist, war ich mir nicht sicher, dass er gesagt hat, wenn fertig und der Stream so ein Kilo Byte groß ist. Klingt ein bisschen knapp. Ja. Ich mein, supergeile Kompression, aber ein bisschen knapp. Wieder da. Bibi. Bibi. Was hab ich verpasst? Im Grunde haben wir nur ein kleines Quiz gemacht. Hab gewonnen. Ja. Du. Uns über mögliche zusätzliche Optionen für Streaming YouTube, was man da so machen könnte. Mhm. Und wir haben festgestellt, du musst einmal von den Steinen weg und dich wieder hinsetzen. Ja. Okay. Oh, ja. Jetzt klappt's. Nee, tatsächlich hab ich die Waffe noch mal gewechselt. Ja. Weil wir sind hingegangen, haben einmal durch den Schleier da geschaut und Blackie war der Meinung, er muss die Waffe wechseln. Ach, was, warum? Guck rein. Ja. Oh, man kann sogar oben drüber gucken. Wenn man springen könnte, wäre das natürlich geiler. Die Adlingruhe. Ja, wenn du reinguckst, dann fallen dir da vielleicht noch so ein paar Kristalle auf und dann etwas weiter rechts und etwas weiter oben. Ja. Dann hätte ich keinen Bock mehr. Mhm. Guck dir die Arme von dem an. Ich seh' tatsächlich irgendwie. Du musst wahrscheinlich ein Stück näher rangehen, damit du es siehst. Ich seh' immer noch nichts. Komm, ein Stück weiter nach nichts. Ich seh' ja. Da müssten jetzt eigentlich relativ gut sehen können. Ich seh' hier nur Schatten, die in der Gegend, äh, die hier runterquellen. Also irgendwie. Okay. Und ein bisschen Kristall. Also ich seh' da gar nichts. Ja gut, dann geh schon mal rein und guck ihn dir an. Gut, warte, äh, was hab' ich denn jetzt hier noch? Das lila Zeugs. Gut, dann nehm' ich jetzt nochmal den göttlichen Nektar. Dann, äh, nochmal das Rauchfleisch. Dann, äh, ich bin fertig. Dann, äh, ich bin fertig. Ja. Oh, Katzin. Er brüllt. Teleporter. Ach. Fällt dir das auch schon auf? Toll. Aber, schnell. Okay, 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 ich muss hier erstmal weg. So, holen wir ihn. Okay, ich muss aus der Reichweite von ihm. Au. Oh. Wo ist er? Ich hab' nur Sorge, der kommt mit Sicherheit wieder zu uns. Lecky, komm in den Kreis. So, für rechts irgendwo, war ich, glaub' ich gerade was? Ach, das sind die Fliegeviecher. Der ist oben. Wir sind hier unten. Ja, das meint, er kommt. Okay, okay Freikreis Ja, von dem halte ich aber lieber gerade Abstand Das kann so an, ich gehe lieber Ah, das ist okay Ich glaube ich mache zu viel Schaden, der will nicht Jetzt kommen wieder Ads, denke ich Ja Ja, das ist doch fair Und die Waffe im Wechsel Hier sind T-Deporter Da ist er wieder Oh, bei mir Ich bin noch nicht da Ich muss, äh, nachladen Also auf Munikin, im Moment So Komm, hier Schiff 1 Schiff 2 Und down Phasensperr-Splitter Äh, Splitter Da komme ich sogar ein wenig ins Schwitzen Ja, äh, äh, genau Oh, mein Freund Oh, gut Oh, gut Ein bisschen geschwitzt habe ich auch Ja, ja Aber nur ein bisschen Es liegt aber hauptsächlich an den hohen Temperaturen hier Ja Ja Das ist, äh, was Da hinten ist das verlassengelegen Da soll ich noch nicht fallen Jetzt looten wir doch erstmal, wa? Richtig Ja, meinst du? Ja 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 Nee. Dum-da-dum-da-dum. Oh, nur. Hat's Auber gemacht? Nö, nö. Nicht mehr als üblich. Oh, Kiste. Nö, ich glaub, wir werden so weit durch. Mhm. Mü? Vielleicht. Dann sag ne Zeit an. Max 12, Max 11, halb 12. Jo. Und ich kann dir versichern, ich werde definitiv nicht widersprechen. Tatsächlich, äh, also wegen mir ab sofort bis, keine Ahnung, bis ich einschlafe. Was? Ja. Also sagen wir, Max halb 12. Ja. Wir gucken uns hier jetzt noch ein bisschen um. Gegebenenfalls zurück. Genau, also da vorne ist ja sowieso der eine Punkt, wo wir schon mal waren. Ja. Ich glaub, jetzt können wir aber, ähm, quasi die Tür aufmachen. Die Tür ist offen. Bei mir ist die Tür noch nicht offen. Oh, oh, oh. Also hier die, die ist noch nicht offen. Welche Tür? Wer satt? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Dann machst du doch mal auf. Wir stehen hier an der Tür. Ach so. Ja, ich hab dich grad besucht, weil ich bin grad durch die eine Tür gelaufen. Und die hier? Ja, ja. Weil da konnten wir grad noch nicht durch von der anderen Seite. Ja, das ist ja der Moment. Kurz tachitachi zu wieder aufladiladi. Und teleportipoti? Wir können auch teleportipoti machen, oder wir können uns das restliche Gebiet hier angucken. Aber wenn ihr teleportipoti machen wollt, portipoti wird zurück. Dann portipoti wird zurück. Okay. Ja. Seems legit. Mhm. Mhm. Wo machen wir alles? Ja. Ich muss arbeiten. Mhm. Mhm. Die sind wohlführend. Mhm. Ja. Mhm. Ich muss arbeiten. Mhm. 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 Die Rüstung ist auf Max. Sicher? Ja, auf 15. Wer ist Max? Wir müssen auch mal wieder zu dem Hunditypen, weil ich brauche wieder Fleisch. Ja, der spawnt halt irgendwo. Der ist random. Die Blinzelmarke. Teleportiert die Zauberwirken bis zu 13 Meter vorwärts und erzeugt eine elektrische Explosion, die innerhalb von 3,210 Meter Elektroschaden verursacht. Auch sehr hübsch. Ich muss arbeiten. Das ist gut. bis zum nächsten mal das war ich nicht der stuhl ich musste mich streiten ja das ist okay und ich habe kein stuhl auf den stuhl gemacht das ist auch so ich mache schon mal tatschi tatschi ja aber von dem fleisch habe ich nur noch drei stück ich habe gar keins mehr viel habe ich auch nicht mehr aber ich glaube immer noch mehr als ihr beide und damit hast du doch schon mehr als wir beide zu sammeln das ist wahr